Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Idle Champions of the Forgotten Realms. Es ist ein bisschen was passiert, es ist aber auch tatsächlich so... Ich weiß nicht, wann hab ich zuletzt aufgenommen? Haben wir Samstag oder Sonntag gestreamt? Ich weiß es gar nicht mehr. Also es ist halt locker vier, fünf Tage her, dass ich aufgenommen habe. Und ja, ich hab dann irgendwie plötzlich doch ein bisschen mehr auf die Reihe gekriegt, als ich dachte. Weil ich irgendwie festgestellt habe, dass ich in der zweiten und dritten Kampagne plötzlich mit den neuen Champions doch eine Idee weitergehen kann. Von daher, wir passen die Stats gleich an. Aber ich gehe vielleicht erst mal grob so ein klein bisschen durch, was ich gemacht habe. Abgesehen davon konnte ich, ich hab ja die letzten zwei, drei Folgen schon so ein bisschen hin und her überlegt, ich konnte nicht widerstehen und hab mir das Founders Pack 3 gekauft, was halt hauptsächlich den Familia beinhaltet. Und ein Gem-Boost ist halt so, yay, irgendwie Bosse droppen 50% mehr Gems. Das ist halt so, ja, nice to have. Aber mein Großteil an Gems kommt halt eh über die einzelnen Adventures, beziehungsweise über die, wer heißt es denn jetzt, über die Variants. Und von daher war das so, meh, Skin für Jalaxal ist mir jetzt auch relativ wurscht. Was ganz nice war, war 42 Goldkisten und fünf garantierte Shinies. Was nicht so nice war, ist, dass zwei von den fünf Shinies auf die Liner geploppt sind. Das war so, wow, danke für nichts. Ähm, ja, ansonsten hat sie jetzt sogar drei Shinies insgesamt. Sie hatte vorher, glaube ich, auch nur eins und irgendwo ist noch eins hin. Ich glaube auf Jamila oder so. Also die Shinies haben sich alle sehr, ne, verteilt. Wobei, ist das auf Hitch neu? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, welche neu dazugekommen sind, aber es, ähm, ja. Alles nichts super dolles, weil selbst wenn es bei Hitch neu wäre, ist es halt für die Ulti. Okay, yay. Aber okay. Ja, ansonsten, äh, Oberland, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte das nur ausklappen. Favor-mäßig haben wir auf jeden Fall einen kleinen Sprung gemacht. Bei Callum Wars auf E17 und bei Harms auf E14. Da geht auf jeden Fall ein bisschen was. Und, ähm, ich mache jetzt gerade nochmal irgendwie Dona Freeplay, äh, oder Dona, wie auch immer. Weil der hat echt noch Crap Gear. Also der hat wirklich noch zwei Commons. Das wird später ein Schwert, oder? Ach, nee. Oh, nein, okay. Und das Schwert heißt auf Unique, glaube ich, einfach Toothbrush. Also mit T-W-O. Also so Hardcore-Wortspiel-mäßig. Ähm. Im Vergleich zu der Toothbrush, okay. Ja, was auch immer. Ähm. Der braucht auf jeden Fall noch ein bisschen besseres Gear. Deswegen habe ich gedacht, mache ich da eben die Event Freeplays für ihn mal. Zumindest so bis die 2500 Tokens kosten. Ähm. Ansonsten. Für Cha Cha. Ansonsten sieht sie tatsächlich ganz gut aus. Ähm. Mit zwei epischen Items. das ist okay. Da ist auch das Wichtige. Wobei, das wäre noch nice auf episch, aber ja, sei es drum. Und den letzten Knispel können wir uns gerade noch nicht angucken, oder? Avron? Ne, kommen wir so schnell nicht hin. Der hat auf jeden Fall noch ein Ankommen-Item. Und genau das ist das Wichtigste. Deswegen würde ich da eigentlich ganz gerne auch noch Free-Place machen, aber mal gucken. Und da habe ich schon eine Menge Free-Place gemacht. Aber nun ja. Campaign Map, gucken wir mal. Ich mache hier mal den Haken raus. Dann sehen wir irgendwie eine Idee mehr. Oh Gott, was habe ich denn hier wohl gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt, hier glaube ich gar nichts weiter. Das habe ich mal nicht gemacht. Upholding the Law. Irgendwie abgehakt. Ich weiß nicht, ob wir Lobster Folk Assault letztes Mal schon hatten. Also hier habe ich auch gar nicht so viele neue Variants gemacht. Never Split the Party habe ich fertig. Den Soulmonger habe ich fertig. Ansonsten habe ich hier hauptsächlich Free-Place gemacht. Hier ist ein bisschen was passiert. Hier oben sind wir auf jeden Fall fertig. Our Time to Shine habe ich gemacht. Und dann die beiden habe ich gestern fertig gemacht. Das lief ganz gut. Ich habe halt so festgestellt, ich komme im Free-Play so bis 340 ungefähr. Ja gut, 225 musste ich tatsächlich buffen mit der Auswahl an Champions, die ich hatte. Das war super easy. Ich denke mal, das kann ich auch easy angehen noch. Aber ich wollte dann erst mal irgendwie... Also ich könnte hier locker noch mehr Variants machen im Moment. Also auch sowas. Ja, okay. Da sind dann halt irgendwie zwei Goblins in der Formation. Aber bis 200 kommen wir halt trotzdem. Das ist halt nicht so das Ding. Also hier würde auf jeden Fall noch ein bisschen was gehen in der Kampagne. Vault of Dragons habe ich gemacht. Champions of Waterdeep. Und wir haben dann tatsächlich das Ulcuria Dinget freigeschaltet. Da kommen dann wahrscheinlich noch zwei Variants drunter, bis wir sie freischalten. Das würde noch ein bisschen dauern. Also 225. Je nachdem, was für Bossgegner auf den 50er Areas sind. Sollte eigentlich easy machbar sein. Aber gucken wir mal. Und ansonsten habe ich... Oh Gott, das ist hier noch, ne? Zumindest das erste Variant von Dragon Bait gemacht. Ans zweite habe ich mich noch nicht herangetraut, weil ich komme im normalen Freeplay halt etwas über 400. Nicht viel. Und wenn uns da noch ein Slot fehlt, abgesehen davon habe ich keine Ahnung, was dieser ganze Valindra-Kram ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob das letztendlich ein Buff oder ein Debuff ist. Da muss ich noch mal reingucken. Aber... Also... Und ja, Dragon Bait bufft auch. Also ich könnte es probieren, aber es wird wahrscheinlich knackig. Also meine Überlegung war dann einfach, dass wir in Waterdeep erst mal Hard Favour farmen und uns das Blessing mitnehmen. Das wäre eigentlich so mein nächstes Ziel, bevor wir Dragon Bait holen. Je nachdem, wie gut es läuft, müsste ich da halt noch zwei, drei Freeplays machen. Dann sollte das eigentlich drin sein. Mal gucken. Ja, äh... Ansonsten fehlt auch wirklich nur noch das, was ihr hier seht. Kill'em sind wir komplett fertig. Das ist komplett ausgemaxt. Und ansonsten hat sich nicht wahnsinnig viel getan. Aber ich habe halt trotz Arbeit einfach mal ein paar Variants geschafft. Das war schon ganz nice. So, hier, so sieht es bei ihm aus. Er hat halt schon zwei epische Items. Eins für die Ulti. Yay. Und eins für All Champions. All Champions. Also, die beiden wären eigentlich die wichtigen Items. Und, ähm... Ja, also für ihn hätte ich ganz gerne auch noch ein bisschen besseres Gear. Aber ob das dieses Event noch was wird, weiß ich nicht. Zumal ich auch übers Wochenende nicht wirklich dazukommen werde, zu spielen. Dazu aber später mehr. Ähm... Wir passen erst mal die Stats an, oder? So, wir sind immer noch bei 29 Champions. Wir haben... Achso, ich muss das gar nicht mehr so machen. Ich kann das jetzt viel einfacher machen. Äh... Wir sind jetzt bei 13 Shiny Gear. Wir sind tatsächlich nicht mehr bei 100, sondern bei 114 Adventures. Murt dürfte patronmäßig nichts passiert sein. Ne, da sind wir bei 6%. Da habe ich auch keine Variants gemacht, tatsächlich. Ich habe ein bisschen, also ein ganz bisschen, die Challenges gemacht. Ähm... Habe mir... halt das Timegate-Piece für diese Woche mitgenommen. Und ansonsten habe ich mit Murt erst mal gar nicht so viel gemacht. Ich weiß nicht, dass... Also ich müsste auf jeden Fall locker nochmal ein Murt-Freeplay machen. Ähm... Idealerweise auch 3. Weiß nicht, das packen wir... Ja... Könnte inzwischen vielleicht klappen. Muss man mal schauen. Mir fehlt bei Murt halt einfach... Averon. Das macht so den großen Unterschied. Und dadurch schaffe ich es da im Moment nicht so weit. Sonst hätte ich auch einfach nur patron-free-place gemacht. Statt normaler free-place in Waterdeep und in... Wie heißt es? Tomb of Annihilation? Ja. Jetzt hätte ich da halt tatsächlich eher die... die patron-free-place gemacht. Aber... Naja... Bringt halt im Moment nicht so viel. Dann war das zum Favor-Farmen einfach nicht so der Hit. Ähm... So, ansonsten... HZE ist auf jeden Fall über 400. Ähm... Wir sind bei... Ich glaube, ich habe nur 5 andere Achievements geholt? Okay. Oh, ich habe das zwischendurch nochmal geupdatet. Weiß ich nicht. So... Wir sind bei 435. Oh, das heißt Area. Das ist doch ganz okay. So, Evergreens machen wir gleich. Fehlende Apex muss ich dann gucken. So, wir sind... Wir waren ursprünglich bei 10, 14, 10, 9, 6. Wir sind jetzt bei 10, 17. 14, 9, 6. 10, 17, 14, 9, 6. War gerade so ein bisschen verwirrt, weil hier einfach das... Event-Favor noch mitzwischen hängt und das war gerade so... Wait, what? Aber okay, das passt soweit alles. Oh Gott, nicht der Maskman. So, weg mit ihm. Gute Sache. Dann können wir ja resetten. Ich mache jetzt wirklich nur die schnellen Resets für die Kisten. Ich könnte hier noch mehr Favor farmen. Das ist eine Silver Chest, oder? Sieht so scheppig aus. Muss eine Silver Chest sein. So, und dann läuft das erstmal wieder. Und dann muss ich gleich noch fehlende Epics zählen. Na, das ist total eine Silver Chest. Aber gut, dadurch, dass er noch zwei, zwei Common Items hat. Hat er jetzt zumindest nur noch Einkommen-Items. Und drei Einkommen. Oh Gott, das Gear ist so crappy, ne? Das ist unglaublich. Aber okay. Da ist es rum. So. Was haben wir denn hier? Hier fehlen drei. Vier, fünf, sechs, zehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, zwanzig, vierundzwanzig. Fünf, fünfundzwanzig. Habe ich jetzt verzählt? Waren wir schon bei 24? Ja, wir waren hier bei 20, 24. Okay. 25 passt. Ähm. Ist halt echt so. Sie wird, glaube ich, echt mein erster Full Epic Champion. Das ist so bedauerlich. 27, 31, 36, 38, 40. 41, 46, okay, da hat sich tatsächlich gar nicht so viel getan. Ach Gott, ich bin so verpeilt, ne? Ähm. Ich wollte das Fenster gerade in meinem Preview-Screen schließen. Ähm, okay, also fehlen noch 46 Epics. Nun ja. Gucken wir mal, was das so gibt. Ja, es wird auf jeden Fall langsam. Also theoretisch fehlen dann halt immer noch zwölf mehr, aber dann sind es jetzt 58 von... 102. Also wir sind knapp bei der Hälfte. Also so knapp die Hälfte aller epischen Items für die Evergreens haben wir zusammen. Das geht ganz gut. Juhu. Ansonsten... Muss ich mal schauen. Eigentlich müsste ich heute noch streamen. Also ich werde heute auch noch streamen, aber ich weiß noch nicht was. Wahrscheinlich im Zweifelsfall auch noch eine Runde Idol Champs. Weil ich werde am Wochenende jetzt tatsächlich nicht wirklich zum Aufnehmen oder Streamen kommen. Trotz allem, ich hatte es ja schon irgendwie hier und da mal erwähnt, am Wochenende war, beziehungsweise ist eigentlich Couch Crash Festival angesagt. Jetzt mit Corona-Maßnahmen ist das halt alles totale Grütze. Nichtsdestotrotz brauche ich für meine geistige Gesundheit einfach so ein Wochenende, wo ich komplett Kopf ausmache und nur rumsumpfe und halt angetrunken auf der Couch liege. Und genau das werde ich auch tun. Zwar halt immer nur mit einem Freund halt hier, statt irgendwie allen auf einmal. Aber ja, wir machen so ein bisschen Rotationsprinzip, um halt die zwei Haushalte einzuhalten. Also das halt wirklich nie mehr als Leute, also nie mehr Leute. Nein, nie. Wie ist denn das grammatikalisch richtig? Dass die Leute hier in der Wohnung nie mehr, nie aus mehr als zwei Haushalten kommen. Oh Gott, meine Güte. Es ist noch früher morgen, entschuldigt bitte. Das wollte ich sagen. Ja, und ich werde dann halt quasi intern, nicht irgendwie öffentlich auf Twitch oder so, halt einfach eine permanente Videokonferenz aufmachen. Also auch es halt, wenn wir pennen. Aber, dass ich halt die Leute, die dann zu Hause bleiben, Corona-bedingt einfach und die nicht vorbeikommen, halt einfach per Video zuschalten können. Und dann werde ich hier die ganze Zeit auf dem Fernseher Videoübertragung haben. Und insgesamt drei Webcams in der Wohnung, also im Wohnzimmer, also halt die auf jeden Fall. Dann werde ich die zweite Webcam, die wir eigentlich für Ringfit immer noch haben, an den Fernseher packen und mit dem Netbook habe ich dann noch eine mobile Cam, die wir mal hier und da mit hinnehmen können, zum Beispiel in die Küche, falls wir irgendwie kochen oder so. Aber ja, es ist halt so... Ich freue mich halt... Mir vor allem. Ich freue mich... Ja doch, ist total richtig. Ich freue mich halt noch immer total den Arsch ab, wollte ich sagen. Das ist grammatikalisch schon richtig. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht alle Leute live sehe, also ein paar Leute kommen halt gar nicht und es ist halt immer was anderes, zu zweit hier zu sitzen, als mit acht Leuten hier zu sitzen. Aber okay, es ist halt, wie es ist. Ähm, und ich habe trotzdem einfach total Bock, auch einfach mal ein Wochenende zu futtern. Also halt einfach mal zu sagen, fuck it, scheiß auf meinen Ernährungsplan. Ich habe ein halbes Jahr keine Brötchen gegessen und keinen Toast. Äh, habe ich halt total Bock, morgen fett zu frühstücken. Habe ich halt richtig, richtig Bock drauf. Und halt, boah, habe ich Bock, mal wieder einen Schokoriegel zu essen. Auch das habe ich halt über ein halbes Jahr nicht gemacht. Und einfach solche Sachen und da am Wochenende einfach mal zu sagen, so, fuck that. Und wenn ich mir am Tag 5000 Kilokalorien reinziehe, drauf geschissen. So, geht halt mal klar. Ähm, von daher einfach für irgendwie geistige Entspannung werde ich das Wochenende auf jeden Fall brauchen. Und trotz allem, glaube ich, total genießen. Ähm, ich kann gleich mal raussuchen, dann sieht man hier vielleicht den Pavillon auch schon ein klein bisschen. Ich habe natürlich auch wieder Pavillon im Wohnzimmer aufgebaut. Ähm, ja, aber das ist halt so der Grund, warum ich am Wochenende halt nicht streamen werde. Hatte ich, glaube ich, letzte Folge auch irgendwie schon mit erwähnt. Ähm, lasst mich mal ganz kurz die Webcam ein bisschen umstellen. Dann, oh Gott, wo ist denn hier der Zoom? Hier. So, ich habe halt Pavillon aufgebaut und man sieht, es ist zu hell einfach. Man wird es jetzt nicht erkennen, aber... Ah, doch, man erkennt es ein bisschen. Äh, ich habe halt ein Lichternetz und ein Tarnnetz unter dem Pavillon gepackt. Und ich feiere das ein klein bisschen ab. Das wird so chillig, wenn es halt draußen dunkel ist und das so die einzige Beleuchtung im Raum ist. Das wird so super. Habe ich so Bock drauf. Das wird richtig, richtig chillig. So, Camp passt wieder. Alles klar. Ja, das ist so meine Wochenendplanung. Es ist halt so... Zur Hälfte bin ich halt ein bisschen angefressen und ein bisschen traurig, weil es halt nicht so klappt, wie ursprünglich geplant. Und zur anderen Hälfte bin ich aber total happy, dass es trotzdem irgendwie geht. Und ich halt einfach das Wochenende zum Runterkommen habe. Das brauche ich auch einfach. Weil es wird auch legit das letzte Mal dieses Jahr sein, dass irgendwie sowas passiert. Also ich meine, so die landesweiten Regularien mit irgendwie Kinos und so machen alle wieder zu, greifen zwar erst ab kommenden Montag. Aber, ähm, naja gut, die ganzen Beschränkungen mit Haushalten und so läuft ja jetzt schon. Also je nach Stadt beziehungsweise Landkreis. Also hier läuft es ja auf jeden Fall jetzt schon. Oder seit vorgestern, glaube ich. Seit gestern? Ne, seit gestern haben wir den entsprechenden Inzidenzwert überschritten. Ich muss mal gucken, wo wir jetzt sind. Wir waren gestern irgendwie so bei 53. Wir sind jetzt wahrscheinlich locker bei 60 oder so. Ohne, 57. Gar nicht so extrem gestiegen. Also gerade mal in Häkchen 28 Infektionen hier in der Stadt dazugekommen. Das geht. Ja, ja, ja. Weg von Corona. Mal wieder hin zum Spiel. Was ich noch so machen werde. Also meine nächsten Planungen. Ich werde halt echt nochmal gucken, dass ich das letzte Global Blessing in der Kampagne irgendwie freischalte. Das wäre mir schon irgendwie... Weiß nicht. Ein innerer Reichsparteitag. Irgendwie so. Also das fände ich halt schon ganz gut, glaube ich. Dann werde ich Dragon Bait mal recruiten. Oder es zumindest versuchen. Und noch ein bisschen Gierfarm für Donar und Avran. Das sind so die Sachen, die als nächstes auf der Tagesordnung stehen. Mal gucken. Ansonsten dann weitere Variants in... Ich will immer Helm's Deep sagen, weil es halt Helm's Favor ist. Aber es ist nicht Helm's Deep. Es ist halt Helm's in Waterdeep, aber nicht Helm's Deep. Helm's Deep ist aus Herr der Ringe. So. Aber ja, in Waterdeep würde ich halt tatsächlich noch ein bisschen Variants angehen. Wenn wir Dragon Bait haben, haben wir außerdem Vajra freigeschaltet. Also den zweiten Patron. Dann müsste ich theoretisch auch... Also müsste ich nicht, aber dann wäre es halt sinnvoll, da irgendwie... Zumindest Patron Free Plays zu machen. Und dann ein bisschen Currency zu farmen. Mit Influence können wir, glaube ich, nicht so viel machen. Ja, aber ansonsten kann ich auch fast mal gucken, ob ich Murd Variants weitermachen kann. Auf jeden Fall sollte ich noch ein paar Murd Free Plays machen. Bis Montagabend. Aber es ist halt so... Es ist so viel zu tun einfach so. Es ist halt so dies, das, Ananas sind also... Okay, ich bin gerade wieder von so einem Punkt so... Ah, irgendwie komme ich... Also keine Ahnung, wo ich vor einer Woche oder zehn Tagen noch so den Punkt hatte. Irgendwie komme ich da nicht so richtig vorwärts. Ist alles so, ja, es geht, aber es könnte alles irgendwie... Ah, könnte alles flufiger laufen. Ist es jetzt so... Oh mein Gott, ich habe schon wieder so viel zu tun. Aber das ist eigentlich total okay. Das ist eigentlich total okay. Ich glaube, ich mache hier auch mal Schicht. Ich glaube, ich mache die Folge jetzt gar nicht mal so lang. Das ist total okay. Weil ich muss hier tatsächlich in der Bude noch ein bisschen was machen. So quasi Couch-Crash-Vorbereitung. Also auf jeden Fall nochmal so grundlegend sauber machen. Also halt kurz irgendwie Küche und Bad putzen und einmal durchsaugen. Ansonsten ist soweit eigentlich aufgeräumt und geputzt. Ja, alles andere ist soweit durch. Aber das würde ich auf jeden Fall ganz gerne noch erledigen. Und dann... Muss ich überlegen, muss ich noch irgendwas machen? Ist noch eine Handvoll Sachen, die ich vergessen habe, vom Supermarkt holen. Aber ansonsten bin ich dann auch mit Vorbereitungen durch. Das heißt, ich kann heute Nachmittag auf jeden Fall irgendwann streamen. Fragt mich nicht, wann genau. Irgendwann im Laufe des Nachmittags. Kann frühe Nachmittag sein, kann später Nachmittag sein. Irgendwie so. Machen wir wahrscheinlich auch noch eine Runde Idle Champs. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das möchte. Aber ganz vielleicht fangen wir ganz bitterlich an zu weinen. Weil wir außerdem anfangen... Wie heißt es denn jetzt? Secret Order 8 zu spielen. Das wäre noch so eine Option. Damit ich an dieser Reihe endlich einen Haken machen kann. In der Hoffnung, dass sie keinen neuen Teil bringen. Ich kann mal gucken. Wenn wir gerade bei Steam reinschauen. The Secret Order. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus, als wäre ein neunter Teil bislang in Planung. Es gibt von dem gleichen Studio... Moment, jetzt muss ich mal gucken, ob es gleiches Studio ist oder nur gleicher Publisher. Nein, tatsächlich beides. Also gleiches Studio und gleicher Publisher. Also Sunward Games und Artifacts Mundi. Gibt es halt noch eine Wimmelbildreihe. Die jetzt auch schon mindestens vier Teile hat. Nämlich Endless Fables. Ich weiß nicht, ob ich mich da noch ansetzen möchte. Wird wahrscheinlich auch über kurz oder lang kommen. Aber bevor wir Endless Fables anfangen, würde ich... Also wir müssen auf jeden Fall Secret Order 8 abschließen. Und dann habe ich auf der Wimmelbild-To-Do-List definitiv noch den ersten Teil von Dark Parables. Also was so diese ganzen Märchen, also die ganzen klassischen Märchen, so einen Hauch ins Düstere zieht, glaube ich. Deswegen halt Dark Parables. Und das in Wimmelbild-Spiele verpackt. Und die sollen angeblich gut sein. Ich habe da so meine vermutlich berechtigten Zweifel. Schon allein, weil der Publisher Big Fish Games ist. Und Big Fish Games ist einfach so... Aber wir müssen es ja zum Glück nicht über den Big Fish Launcher starten, sondern können das über Steam machen. Aber ja, das wäre auf jeden Fall noch ein Punkt. Und ich würde gern, also zumindest im Dezember, irgendwann noch ein Weihnachts-Wimmelbild machen. Ich muss mal gucken, wenn... Ich glaube, startet heute der Halloween-Sale? Ich meine, ne? Eigentlich müsste heute der Halloween-Sale starten. Ja, mal gucken. Also ich habe da irgendwie so zwei, drei Sachen... Zwei Sachen, glaube ich, auf der Wish-List. Die sind mir aber prinzipiell zu teuer. Weil ich halt... Irgendwo ist das Ding jetzt? Ich halt keinen Bock habe, 15 Euro für ein schlechtes Wimmelbild-Spiel auszugeben. Also vielleicht wird es auch gut, aber realistisch betrachtet wird es das nicht. Und 15 Euro für ein Wimmelbild ist einfach... Sorry. Nein. Not gonna happen. Und ich hoffe einfach, das wird ein bisschen runtergesetzt. Das würde ich halt klassischerweise zu Weihnachten gern wieder machen. Aber dann haben wir halt für zwei Monate drei Wimmelbild-Spiele, die noch laufen müssen. Oder die ich noch auf dem Plan habe. Und mein Gehirn, das aussteht... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal Schicht hier in der Folge. Lade die auch direkt hoch. Das heißt, die kommt mal nicht klassischerweise 17.30, sondern die geht wahrscheinlich so... Aber mit Rendern und Hochladen... Naja, wahrscheinlich so gegen 11 Uhr online. Vielleicht 10.45 Uhr, muss ich mal gucken. Und wie gesagt, wenn ihr das zeitig seht... Expect to stream today. Also heute Nachmittag irgendwann... Wahrscheinlich kein ewig langer, aber ein kleines Dreamchen geht definitiv, damit wir diese Woche auf jeden Fall mal gestreamt haben. So. Dann erstmal vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bleibt gesund. Und bis zur nächsten Folge oder bis zum Livestream. Macht's gut, haut rein. Und tschüss. Und bis zum Livestream.